Du, Eddy, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Ha? Das ist nicht dein Ernst? Ha? Was soll das? Aufs Maul! Da kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Ha? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... Dann klatscht es. da 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 tisa einmal hörst du mal auf mir ins kreuz zu hacken ja wenn du mir ja dann macht bronzing mal hier den Beriiri? Beriiri? Aua! Ey, ich hab noch fünf Leben, du Äffchen! Bär, 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 Bär! Woho! Woho! Er verfolgt mich! Moinsen und willkommen bei Staffel 30 mit der Folge Nummer 16 zusammen mit... Hallo? Zusammen mit Nico! Zusammen mit Nico, okay. Äh, ja, ne, mit dick und doof und dumm und dümmer hinten auch noch gerade Rennikon. Na, hi! Nömein! Jo, wir, äh, sind ja... Letzte Folge haben wir abgebrochen hier, weil die Folge schon so lange ging. Jetzt machen wir weiter mit unserer Sucherei hier. Und was willst du, Nico? Ich störe später nochmal. Ich hab nichts gesagt. Ich bin weg. Alles klar. Bis später. Kannst du was raus? Kannst du was raus? Ja, wahrscheinlich raus. Hashtag nie da, Nico. Ja. Ey, das ist ein Bötchen. Ja, natürlich. Jetzt findest du ein Bötchen. Ja, oh Scheiß, da steht ein Boot. Auf 80, Alter. Und by the way, Doorkamping ist erlaubt. Ach ja? Weiß ich das nicht mehr? Ich darf keinen töten. In der gegnischen Base. Ne. Ein wenig. Ja, wenn das Doorkamp mir erlaubt ist, dann weiß ich, welch ich nachher noch machen. Doorkamp steht nix in der Regel. Aber muss man denn jede Scheiße in die Regel reinschreiben? Ja, eben. Für manche Leute schon. Ich muss wirklich das mit Regeln zugelassen, damit niemand mehr ein Schlupfloch findet. Weil an sich hat er ja recht. Das steht nicht in den Regeln. Das heißt, es ist nicht verboten. Ich wollte jetzt gerade reinschreiben, Dolby, fünf Meter Feldweg, aber ich verkneife das. Das hört auch nie aus, Alter. Ja, ich verkneife, ja. Das ist nicht schlimm. Das ist einfach nur schlimm. Also ich an Happys Stelle hätte jetzt, wenn ich das lesen würde, ich würde einfach den großen Hammer raushauen und würde sagen, du weg, du weg, du weg, du weg. Bis morgen, 24-Stunden-Band, überleg, wie die Regeln sind hier. Habt ihr Zeit durchzulesen. Genau, ihr könnt wiederkommen, wenn ganz normal PvP ist, dann könnt ihr tun lassen, was ihr wollt. Eure Aufbauphase habt ihr euch vergeigt, seht ihr, wie ihr klarkommt. Das ist eine gute Idee, Alter. Ohne Scheiß. Ja. So würde ich dann handhaben. Ihr könnt beim PvP gerne wiederkommen, dann ist ja das bei der Volt. So, wie ihr dann euch aufbaut, ist euer Problem. Hm. 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 Das könnte ich denen wirklich mal den Beinen vorschlagen. Kann man Gott sagen, ich kann dem Happy oder dem Annie dann auch so erklären. Oder schreibt du ihnen das, genau. Dann heißt es wieder her, äh, Odee und Happy und Annie, best friends, äh, Bannhammer, bla, bla, bla. Hm, hier ist ganz schön wenig. Ich überlege gerade, wir können uns hier auch jetzt die Materialien, die wir jetzt haben, benutzen und uns schon mal ein Dings bauen. Äh, eine Bootspace. Ein Boot steht da unten schon. Äh, wie viele Steine hast denn du schon? Äh, fast 4K. Ja. Wird nicht reichen. Was hast du denn vor? Erstmal was kleinet, da kannst du immer noch anbauen. Einfach nur erstmal ein Bootspace und ein Boot haben. Ja, schribe ich dem, schreib ich dem nachher mal in den Discord rein, dann schreib ich dem jetzt nicht hier in den Online-Chat. dann kommt sowieso wieder was die klappe die klappe oder sowas ich weiß nicht ob der happy das hier überhaupt liest ja hier sind seine doof weiste scheine abrisshilfe wir haben nicht einmal abrisshilfe verlangen schreien nach gerechtigkeit aber hatten sie selber nicht an der regeln einfach nur die blödheit da kannst du ja auch gründe an die man zu doof was ist das ist kein zeichen davor nein das ist ein stück normales bild ist denn die bloß ach so ich dachte das werde abends im nachhain apple und schreiben grün wenn sie aktive jetzt gerade sind er licht im spieler werden der labdrucker freuen heute ganz tag schon da guck mal her guck mal rein und den der ist full 2000 steine 4000 holz gerade gebannt wurde wie heißt er denn maserbex maserbex dann ist doch nicht der der vorhin schon mal am strand lag keine ahnung der wollen lichter hab mir jetzt schon gelootet nur wer zack ist drin max laserbex ne jetzt ein anderer ehrlich alles für die umwelt ich wurde getötet ich war offline ich war offline oh ja surferkickfan ihr hattet eure chance ich bin auf dem panel wow warte mal jetzt muss ich jetzt sorry lul was ist was ist jetzt ich sorry alter aber dann ging die ihm bestimmt auf den sack ja wieder was passiert die gingen hundertprozentig im disco auf den sack weil der hat das so geflamed alter oh bambi auch hat hat ok er hat nicht mal so bock auszuschreiben ja plus eins ja ja plus eins heißt einfach nur ich bin dafür ja 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 bei ja das war ja er war ja doch ich habe ja mit 80 viertel ja sehr behintern alter e oh lord Leute gibt es gar nicht da haste Boge gesagt aber guck mal dann schmeißt du so spielverderber runter und dann hebt sich generell wieder die Stimme und dann kommen so blöde sprüche und so weiter Bronx, hast du jetzt ein Bötchen, äh, Bötchen, äh, Axt? Ja. Dann lass uns doch schnell kurz die Bootspist bauen. Das ist aber schon kaputt, wir müssen uns beeilen, wir haben noch 34 Leben. Dann streichel es. Streichel. Okay, oi, oi, oi. Braucht die Axt oder was? Braucht Holz. Hier, hier, hier ist Holz. Eins, zwei, drei, noch ein bisschen was. Oh, warte, gut, dann. Das ist alles noch in der Aufnahme. Also Chinook ist in der Nähe. Sich vorläufig Holz-Tür und Kraft da. Edmund beleidigt, beschuldigt. Ah, wie es ahnte, die haben es übertrieben mit ihm. Oh, guck mal, wie der leckt, alter. Wer leckt? Der Hedi. Achso. Der zweite leckt dich heute hier. Oder seitens Stream. Na ja, crazy shit. Können Sie mal erst mal hin und machen? Hast du noch Holz oder soll ich dir schon welches bringen? Äh, 1000 sollten reichen. Okay. So, dann musst du vorläufig hier hin eins. Das, 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 das. Ich zieh. Äh, äh. Hier kreide die Holz. Äh, dann crafte du hier mit mal ne Double Door und ne, äh, Schloss. aus holz das holz ja vorläufig das kann die das bötchen hier mal reindrücken normales schloss erstmal ja genau ein drücken drücken geht nicht geht alles muss nur wollen hau ab du blödes schwein das problem ist das boot kannst du wenn es steht wasser nicht mehr drücken hast du hier noch keinen rahmen oder warum die doppel da nicht rein doch der raum ist da was kein bauplan ich habe kein bauplan erhöht da kann er mir ein bisschen nur glatt mit hier stein was noch mehr steine da hast du genug ich halte noch ein bisschen stein und holz in den cc also stein so stein für zwölf tage ist reich so also hier ist das schloss noch aber wie ist das jetzt eigentlich noch mal der boot teilt das jetzt oder bleibt das bei 27 leben man kann ja mal reparieren kann das sollte glaube ich jetzt hochheilen da brauchst du metal oder holz keine ahnung vielleicht beides vielleicht auch stoff hier guck mal stoff ne glaube ich nicht ne auf jeden fall ist das muss ein lumpenboot safe ok da also alles gut verlassen sie dieses gebäude nein wir werden nicht weichen wir werden nicht weichen ich will noch ein bisschen tanzen komm man ist doch nicht so ist doch noch nicht so spät ich will noch bisschen dann es wird tanzen es wird tanzen weißt du statt zu einfach regressen halten halten alter mit dem kack looter jetzt hat man sich gefreut dass wir da sind irgendwie irgendwie auch nicht aber irgendwie weil wegen raiden alter und jetzt sind sie wieder weg ich bin echt deprimiert jetzt muss ich irgendeinen schlag ich kann immer noch sieke aufs dach gut ja aber der hat keine wirklich große base das ist ja langweilig ja trotzdem der hat meine tummy ohne denn alter geht gar nicht wenn er so einmal hörst du mal auf mir ins kreuz zu hacken ja wenn du mir den kopf hackst ja aber was hast du denn angst da kann doch nichts kaputt gehen deswegen ist ein hohlenton au entschuldige ich hab noch 28 lebt und ja wuff ja genau ich werde hier gemobbt ich werde hier gemobbt meine mates mobben mich ja was machen die was geh weg ich hab mich genau hochgeheilt ich bin auch ja ich hasse diese pika ja 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 es ist halt relativ schnell verwöhnt das ist genauso wie wenn du einmal den den jacky hast ne ja die andere linke da auch noch hier die provisorische aber das ding ey das ist oh shit ich hab's gehört wenn du ablenkst hab ich eine andere zeit wenn du ablenkst hab ich eine andere zeit wenn du ablenkst hab ich eine andere zeit der muss weg der muss weg wir hacken wenigstens ab ja mit nem picket weißt du auch den achst ich hab keine achst oder bronx hat den achst ja dann mach bronxie bronxie mal hier den beri iri beri iri au ey ey ich hab noch 5 leben du äffchen bär 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 woho woho er verfolgt mich du äffchen und dann hängt was nach bumm 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 ja herrlich übrigens habt ihr mir den passend hingelegt ja ne vielleicht nicht den anderen auch noch beide keine fälle dabei dabei die haben sie auch nie die musst du kräften du blöd mann oh mann ey wir haben bärenfälle zum hinlegen ja achso ne aus den tonnen kriegst du das sonst noch ne richtig ich hab nämlich damals das erste mal mit dem bärenfälle getroppt bekommen die sind ja riesengroß aus ner tonne ich hab mich so erschrocken alter ok ach ich dachte die droppen die auch zwischendurch so als Zufall ne schade aber aber in ner komischen blechtonne sind sie drin das ist natürlich sehr sinnvoll mhm mhm aber das gute ist dass sie die blaupausen da rausgenommen haben ich wurde gerade eingeladen zu nem rp projekt bei rast mhm aber nope oh i have no light ne ich hab mir gerade auch so das ist doof dann müssen wir jetzt zurück ohne licht ist äh gefährlich mhm wieso die leuchten crazy leuchtet doch das ist doch quasi dann die zielscheibe und wir sehen wo die herkommt der problem ist nur ihr kriegt bestimmt äh nicht dorthin wenn er leuchtet leuchtet für ihn hell aber für mich nicht hell genug ja das ist kacke wir hatten das ähm auch schon letzten weib dort hat Udi irgendwie äh die angewohnheit gehabt ihn waffenlicht drauf zu haben mhm mhm bla 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 bb ich sage ich so die kippen kommen die neuen becker auf dem buch gesehen hast du selber gehen waffen nicht so jetzt lobe ich nach hause ohne euch weil ihr habt ja waffenlicht nicht ich habe auch kein waffenlicht ja dann alles gut keine kollegie brauche ich leuchten aber ich will mein mittler mein namen habe schon angefangen was schreibt er gerade ich bin der real sonic schlecker und siegen was ist bloß mit den leuten nur kaputt mit diesem namen ich schlecker als sie fragt mich das war ein pferd genau das war eine maus ach so ich dachte du abends im bett dass er, dass macht auf autobot auf bindet genau da war die chaos sollte sich UNTERTgemacht zeit aufzuhören Ich beende die Folge jetzt. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal.